Deswegen schneiden wir das dann gleich als Video mit. Also nochmal für die, damit das jeder gesehen hat. Also in Diablo gibt es ja unterschiedliche DPS-Anzeigen. Es gibt einmal den sogenannten Paper DPS, den Schaden, den Diablo sagt, den ihr habt. Und viele richten ihr Gear danach aus. Also die ziehen dann Sachen an, weil hier geht dann der Schaden ein bisschen höher oder nicht. Dann gibt es eben den Elementarschaden, weil idealerweise habt ihr natürlich auf den Armschienen, Halskette oder so, irgendwo Kälte-Damage, Feuer-Damage oder sonstiges. Also den Schaden, den euer Skill macht. Also wenn ihr jetzt hier, wir spielen jetzt bei dem Hexer im Hardcore mit Geistessperrfeuer, das macht unseren Schaden. Das Ganze ist auf Kälte. Das bedeutet also, unser Damage wäre theoretisch der Wert, der hier bei dem Kältenschaden-Bonus stehen würde. Das heißt also, ihr geht von den normalen Schaden, das könnt ihr gleich mal vergessen, rüber auf den Elementarschaden, um euch daran zu orientieren. Und dann müsst ihr aber noch diversen Skill-Schaden draufrechnen. Also wir haben jetzt zum Beispiel, so wie bei den Schuhen, draufgerollt, dass Geistessperrfeuer mehr Damage macht. Was einfach für uns bedeutet, 15% mehr Schaden. Das sind eben diese ganz wichtigen Effekte. Und dann müsst ihr so viele Sachen zusammenzählen, dass ihr in Diablo selbst gar nicht wissen könnt, wie viel DPS eure Klasse macht. Und da müsst ihr dann auf die externe Seite gehen. Das nennt sich in Diablo 3 Planner oder einfach die 3 Planner, wenn ich jetzt hier auch switchen kann. Genau. Also ihr geht einfach auf d3planner.com, haben wir eh schon öfter mal gezeigt. Und dann gibt es die Möglichkeit, eure Klasse zu importieren. Also ihr gebt euren Paddle Tag ein, gefolgt von dem jeweiligen Server, wo ihr spielt. Also alle, die dann später auch mal das Video schauen oder den Stream schauen. Wir spielen alle auf den europäischen Servern. Das heißt, ihr müsst hier EU auswählen, euren Paddle Tag eingeben, Search. Und dann werden alle Klassen, auch wenn sie upgedatet sind, ihr müsst immer bedenken, dass es in Diablo teilweise ein paar Stunden dauern kann, bis das System für euch weiß, wo man was updatet. Aber das ist doch alles Basic. Das ist alles Basic Wissen für die, die sehr viel Diablo spielen. Für die anderen da legen wir es jetzt eben nochmal hin, für die es nicht Basic ist. Dann könnt ihr eure Klasse auswählen. Die wird jetzt in den Diablo Planner geladen. Also wir haben noch keine Modifikationen vorgenommen. Das ist auch nicht das Ziel. Wir wollen einfach nur den DPS-Wissen, den unsere Klasse macht. Die wollen einfach den DPS-Wissen, den unsere Klasse macht. Das heißt, ihr könnt hier nachgucken. Das sind jetzt alle unsere Items, die wir so haben auf unserer Klasse, den Skill. Und dann geht ihr oben auf Skills und Effects. Das ist der Wert, den wir brauchen. Und dann könnt ihr nämlich hier Spirit Barrage. Das ist das Talent, das wir aktuell nutzen. So. Das ist das Talent, was wir nutzen. Und hier sehen wir dann unser Effect Tiver Damage. Wie vorhin schon erwähnt. Über die ganzen Multiplikatoren, wie Set Boni, irgendwelche Skills, Paragon und, und, und. Natürlich kann man das hier noch theoretisch ein bisschen höher bringen, indem wir zum Beispiel die Paragon-Punkte erhöhen. Oder Items austauschen. Da weißt ihr dann Bescheid. Also das ist halt der Gedanke. Also wenn ihr wissen wollt, wie viel DPS macht meine Klasse, dann müsst ihr genau sowas machen. Dann, ihr ladet euren Battle.net ein und importiert dann die Klasse. Also wir hätten zum Beispiel hier Chantal. Chantal ist unser Totenbeschwörer. Wir laden, laden, laden. Das ist ganz normal, dass das dauert. Du bist am Laden, alles klar. Dann haben wir hier eben so einen aktuellen Ratma. Unser Ratma-Bild mehr oder weniger. Und wenn wir da auf Skill gehen, dann müssen wir gucken. Also es muss nicht immer das erste Talent sein. Hier ist Bone Armor, interessiert uns nicht. Die Aura, interessiert uns nicht. Blood Nudge, interessiert uns nicht. Was uns interessiert, ist das hier. Und zwar dieser DPS-Wert für die sogenannten Skeletal Mages. Also die Mages, die wir beschwören, die haben einen DPS-DPS-Wert von 107,395,334,567. Ist eine relativ hohe Zahl. Deswegen ist vielleicht auch Ratma relativ stark. Muss man mal dazu sagen. Also hier sieht man keine Kompl... Doch, hier ist es. Am DPS sieht man auch hier eine komplette Berechnung. Ist, alter Schwede, ey, viel zu übertrieben. Ist eine relativ hohe Zahl. Ja, ist einfach so. Und so weiter. Also so könnt ihr dann eure Klassen einfach alle im Detail anschauen. Weil wir hätten theoretisch gesehen... Unseren Softcore-Hexer. Und hier kommt eine Klasse... Den Kevin. Hat der Kevin... Was hat der Kevin für den Geer an? Schauen wir mal kurz auf den Kevin. Das ist dann für den Mage her. Okay, also Kevin jetzt hier im Hydra-Spec. Und die Hydras würden genau... Genau hier wieder das gleiche Hydra-Damage. Wieder mit der kompletten Schneise. Wie viel was macht. Also einmal euren Dingsgelösen für alle, die jetzt sich fragen, ist, woher weiß ich meinen Paddle-Tag? Ihr könnt die einfachste Lösung in Diablo einfach mal hier auf der Seite dieser Friendlist aufgemacht. Und jetzt, wenn ich meinen Dingsumweg... So. Hier oben seht ihr dann euren Paddle-Tag. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es ist das einfachste, weil ihr seid sowieso im Spiel drin. Einmal auf O gedrückt. Dann öffnet sich das hier. Hier oben dann. Das gebt ihr ein. Also euer Name, Hashtag mit dem. Und dann habt ihr den Paddle-Tag. Ja, ich finde es auch witzig, ja. Dann habt ihr hier alles zusammen. Dann kann das geladen werden. Und dann habt ihr die effektiven DPS, die eure Klasse in Diablo macht draußen. Also nicht das, was hier steht. Nicht das, was hier steht. Nicht den Skillschaden. Sondern das, was eure Klasse effektiv macht. Und somit erklärt sich dann auch bei den besten Listen. Wenn man sich nämlich dann zum Beispiel anschaut, bei den Portalen. Hier, höchste Hardcore hat 137. Und ihr guckt euch dann den Held an. Und ihr seht die ganzen Werte. Dann ist natürlich auch klar, wie der 137 schaffen kann. Weil die Damage-Zahl natürlich super, super hoch ist. Und ihr guckt euch das.